In den Chats, wenn Killer Lady wirklich nicht mehr möchte, suchen wir noch Freiwillige vor. Eine Runde Pup-G mit der professionellsten Noob-Gang der Welt. So schlecht warst du heute gar nicht, ne? Ach komm, wir gehen noch mal hier. Wann? Also ich habe einen Player-Kill, Killer Lady hat zwei Baum-Kills. Die Runden waren recht gut. Eugene hat noch niemanden gekillt im Team. Läuft. Das stimmt. Aldur macht den Rest. Spind. Stellst du mich gerade hin, als wenn ich hier Pro wäre. Naja, hallo, unter den Blinden und so, ne? Ja gut, unter den Blinden bin ich ein Po, das ist okay. Unter den Blinden ist da ein neugieriger König. Ja, jedes blinde Huhn trinkt auch mal zwei Korn. Oder drei oder vier. Ja, das schmeißt gleich mit der Flasche, man weiß es halt nicht. Okay, wir wollen wieder nach Lakavi. Ja, ja. An den Strand, wir müssen uns dort noch etwas sonnen. So, ich schaue nochmal bei Jack rein. Hab gehört, sein Skill lässt einen vor Neid erstarren. Ja, genau. Das war doch Run, oder? Nein. Nicht? Nee. Aber wenn Run hier reinkommt. Run, komm mal bitte über Multistream in meinen Chat. Kannst du dann auch wieder gehen, wenn das abgespielt wurde? Verstehst du? Ja. Also die Formulierung ist alles. Alter. Nein, es ist... Ich hab doch... Run, komm über Multistream. Ich hab was da. Und runter. Raus. MIGBUS Spielerfahrung ist egal. Wichtig ist der Spaß am Spiel. Also ich hab grandiose fünf Stunden. Ja, MIGBUS hat zwei Stunden, aber das... Hauptsache Spaß. Was anders machen wir doch hier gar nicht. MIGBUS, komm, komm ran auf den Meter. Pro Gaming kann man was anders machen. Das müsstet ihr jetzt aber auch schaffen hier hinzukommen. Ich versuche. Mein bestes. Ich hab so unglaublich schlechten Skill, MIGBUS. Das kannst du nur top... Der Jack ist schon zu weit. Bäume, Bäume. Ja, ich komm zurück. Kann ich... Nee, kann ich nicht, ne? Also ich muss jetzt hier an dem Ding hängen bleiben bis... Dankeschön. Ja, bis du unten bist. Dankeschön. Also schneller geht nicht, ne? Nee. Also ich finde, es ist schwieriger geworden so, aber du kommst irgendwie noch ein Stück weiter. Also run, tu mir den Gefallen, Ausrufezeichen, Multi, komm mal bei mir ins Stream und schreib irgendwas. Das wird so schön. Ja, ne komm, mach mal, wann der voran fängt zu weinen. Ja. Können wir ja nicht verantworten. Wir wollen ja nicht weinen sein. Nein, du sollst dir irgendwas schreiben, aber jetzt müsst ihr gleich... Du hast ja gesagt, er soll irgendwas schreiben. Also echt mal. Na auch wieder nicht recht. Hast du das mitbekommen? Hahaha. Bitteschön. Ne, ich hab dieses, kennt ihr dieses, ähm, dieses Sound-File, wo es dann einfach nur kurz heißt, run. Und dann kommt so ein, ähm, das gibt es ja in YouTube-Videos öfter. Okay. Ähm, weißt du, wenn sie sich, ähm, ich sag mal so vor dem Bullen verstecken sollen oder sowas, dann hörst du so run und dann so ein E-Gitarren-Riff. Ah, ja. Ja. Ja, genau. Und den hat er jetzt bei mir, äh, als Begrüßungssound, dann weiß ich immer, dass run am Stizzle ist. Hahaha. Am Stizzle, die Dizzle. Genau. Ja, ich arbeite im Moment so an VIP-Sounds, ähm, allerdings habe ich halt jetzt das Problem, ne, weil dadurch, dass halt Eugene, also ich, ich, ich sag's mal so, äh, Yuna hat jetzt bei mir Barbie-Girl und das hatte ich eigentlich auch für Eugene aufgeschirmen, in der Heavy-Metal-Version, aber naja. Allerdings auch für Captain Carajo. Also es ist nicht so einfach, die passenden Sounds zu finden. Hahaha. Also bis jetzt hast du ja drei Personen mit einem Sound, also es ist, also ein bisschen Abwechslung muss ja sein, also das langweilen wir uns ja. Ja, aber für dich, ich muss den schönsten Song der Welt finden und den bekommt dann meine Frau. Ey, da bin ich einmal romantisch, verstehst du? Einmal. Und dann sowas, ne? Und dann sowas. Ne, weil tatsächlich fällt's mir relativ schwer. Sieh mal, die Vector soll doch gar nicht so scheiße sein, oder? Äh, wenn du die ausgestattet hast richtig, ist die ganz gut. Wenn. Ja, das krieg ich hin. Ich hab noch einen 3AC-Fernrauer für jemanden. Ja, das hätte ich wieder gerne. Ja. Oder? Oder Eugene? Du? Oder wie? Ja. Warte, ich loote hier nochmal. Ich hab hier eine Stufe 1 Rucksack. Äh, ich hab ein 2er. Okay. Ich hab einen Laser auf. Scheiß doch, die waren dann weiter. Und ich höre in der Empfangs wieder Schütteln, oder? So. Schnelle Zugriffsmagazin, Kompensator für die Vector. Du kommst gerade klar. Kannst du nicht? Ja, hab ich jetzt ja. Gut. Ja. Oh Mann. So. Jetzt. Ähm, ich hab zwei 3er übrig. Alter. Der Kerl, ne? Ja, ich hab grad meinen 6er gefunden. Okay. Dann. Wo bist du? Im großen Haus. Äh. Stufe 1 Rucksack brauche ich nicht. Stufe 1 West. Also ich komm ins Haus. Das... Das brauchen wir. Lucien, machs nicht wieder. Stufe 2 Rucksack war im Erdgeschoss. Ich hab einen 3er. Noch eine? Wollen wir uns erstmal auf halber... Ah ne, wir müssen ja eh uns bald aufmachen wegen der Zoo, ne? Ja. Ja. Irgendwelche Wünsche was das nächste Ziel angeht? Ähm, Alter. Hier ist noch ein 2er Helm. Ja. Kommst du... Oder droppst du mir das... Wo bist du denn jetzt? Jetzt bist du wieder unten? Ne, da hinter der Tür. Hier ist noch ein 2er Helm. Nehm den mal. So. Könnte ich jetzt die Scopes haben, dann könnte ich mich mal hier... Verstehst du? Ja, das kriegst du hier. Wischen deinen Beinen. Haha. Der lockt mich auch immer wieder dahin. Der Kerl, ja? Ja. Also was anderes erwarten? Ich hab zwei übrig, weißt du? Und jetzt hab ich eins weggeschmissen. Ah. Na gut, dann gibt's halt hier erstmal einen Rotpunkt. Wisst ihr? Dann hol ich mir das 2er noch schnell. Eugene? Ja. Du hast... Aha. Ja. Kann ich noch gebrauchen. Gut. Das 2er lag doch hier. Dann... Lass uns mal Richtung... Das hab ich... Aber wenn du das brauchst, kannst du das auch auf dem Weg zu euch. Ne, ne, ne. Ist grad okay. Aber wir müssen ja hier in deine Richtung. Genau. Wir sind grad auf dem Weg raus aus der Zone und du kommst... Ja. Dann sammeln wir uns wenigstens wieder ein. Das ist doch super. Aber nicht, dass es so mitgenommen aussieht. Was? Nö, du find ich eigentlich nicht, Ron. Hey. Also es kommt immer drauf an, was das für ein Sound ist. Aber 90 Sekunden gehen... Also ich glaub, mein Begrüßungssound ist in der langen Version auch so 19 Sekunden. Aber da wird halt auch viel gesprochen. Nein, deiner ist 24 oder so sogar. Ja, ich hab jetzt aber eine gekürzte Version, die lass ich dir noch zukommen. Ja, darauf warte ich, ne? So, ab in die Zone. Ab in die Zone. Verschüsse, Rauchgranate. Steht ein blaues Auto. Stufe 1, erweitertes Magazin. Nicht in der Tür stehen bleiben. Oh, ja. Ne, ich hab gelootet, Digga. Au, Schuss. Achso, du hast das Auto kaputt gemacht. Ne, ich wollte den Reifen kaputt machen. Ist ja ne Quest von mir. Okay, ne Quest. Ja. Ja, okay. Ähm. Oh, die nächste Zone erreichen wir nicht mehr. Okay, wir sind sowas von am Arsch. Ja. Ne, wir haben sowas von ähm 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 äh. Spieler links. Auf 240. 240. 240. Wo genau? Ne klar, mach ich. Ist grad hochgelaufen, den Berg entlang. Keen Dingerun. Ja. Wo ist denn der jetzt? Ja, das ist die Frage. Ob der da zu den Kampon gelaufen ist? Was könnte das sein? Da unten ist noch einer. Ja. 2,35. Oh, genau vor mir. Ja, ich hab ihn. Sehr schön. Ich werde ausgenockt. Ja, ich komm schon. Ist das nur einer gewesen? Irgendwo muss noch einer sein. Ich hebe erstmal Algo auf. Ahem. Dass der genau vor mir ist. Das wusste ich natürlich nicht. Ich hab unten einen laufen sehen. Ja, unten ist auch noch einer. Na, ich hab nur den gesehen. Wow. Okay, der ist bei 300 ungefähr. Hinterm Baum. Bei 300? Ich ja? Ne, unten ist ein äh... Ey, der ist weiter unten. Links kann der. Ja gut, der war 265. Genau hinterm Baum. Äh, links. Genau hinterm Baum. Rechts, links. Okay. Okay. Ja, hier. Der hebt auf mich. Ähm. Und zwar genau. 2,50. 2,55. Ja, aus der Richtung muss das irgendwo kommen. Ich kann meine Deckung grad nicht verlassen. Ich schon. Zwei Hits. Hab ihn. Ja, Killer Lady. Was los hieß das? Sie macht ihrem Namen mal wieder alle Ehre, ne? Ja, ja. Ja, ja. Also da wird noch irgendwo einer sein. Oder war der sofort tot? Das wirkte zumindest so, ne? Spieler unten am Strand. Unten am Strand. Äh, 2,35. Mitten auf freier Fläche. Hab ihn gehittet. Ach, was ist ihr? Ja, der hittet mich. Wo ist er? Hinterbaum. Ja. Alter, der kann... Ich hab da ne Hütte. Ich seh da nicht. Hab ihn nochmal? Hab ihn nochmal? Hab ihn? Ja. Ausgenockt. Hab ihn. Hab ihn. Hab ihn. Ja. Hab ihn? Ja. Kill ist da. Ja. Hab ihn. Hat irgendjemand da noch was zum hochpushen? Ne. Leider nicht. Ja. Ich kann dir noch ein... Ne. Ich brauch Energy oder ähnliches. Ne. Ich hab einmal Schmerzmittel. Die könnte ich dir noch geben. Wir brauchen mehr Medi. Ja. Ne. Nix. Ups. Kill. Mein zweiter Kill heute. Ist das Airdrop oder Fahrzeug? Ist das ein Airdrop. So, ne? Okay. Da drüben ist der Airdrop ganz weit weg. Die nächste ist ja auch wieder... Ne. Das schaffen wir nicht. Geh mal auf. Aber da ist ja dieses Gebiet dazwischen. Ja. Da muss man vorsichtig sein. Haben wir ja gelernt. Mehrfach. Ja. Aber da könnte auch noch was rumliegen. Ja. Das sowieso. Und wenn es nur ein bisschen Medi-Stuff ist. Ehm. Eugene. Ja. Hast du schon einen neuen Helm? Ja. Gut. So. Hier ist noch ein Zweier Helm. Komm mal. So. Ich aim schon mal das Gebiet ab hier oben. Ja. 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 Nix. Ich bin inzwischen in zwei Steinen hier oben. Ha. Pill. Pill. Ja. Drogen. Ja. Davon brauchen wir ganz viel. Ja. Das war nur eine Packung. Ja. Oben drauf ist nix. Ähm. Frage ist auf dem Berg bleiben oder auf dem Kampon? Ja. Das ist jetzt die Frage die sich stellen lässt. Ne? Also wenn Jack mal wieder Kinder spielt bin ich ganz weit weg. Echt? So schlimm? Ja. Schuss aus Norden. Ja. Norden ist also eine schlechte Idee. Rechts. Und wo Richtung Nord-Nord-Osten. Ja. Genau. Frage ist den Kampon mal durchkommen. Nord-West-Entfernung. Vor allem da hinten die Siedlung ab. Und es scheint aber erstmal.. ..still zu sein. Ähm. Aus Südwesten, ganz weiter Entferne aus dem Schali. Okay. Ja, lass uns mal die Siedlung probieren. Also die scheint still zu sein. Ich gehe hier gleich ins erste Langhaus. Ich komme mit. Die Türen auf der anderen Straßenseite sind offen. Ja, ich glaube teilweise sind die hier auch auf. Also ist hier durchgelootet. Da liegt nichts. Schade. Na ja grob wahrscheinlich wieder. Geh ins nächste Haus. Kleine Hütte. Wahrscheinlich auch leer. Ja, aber sowas von. Besenrein sozusagen. Was dummes. Wir werden wahrscheinlich nach vorne müssen. Hier hat auf jeden Fall ein Kampf stattgefunden. Ja, hat aber nicht mehr viel. Nein, nicht wirklich. Aber die 9mm habe ich mir doch noch mitgenommen. Na gut, das ist natürlich Landezone hier, ne? Mhm. Okay. Kann ich das Ding jetzt... Nein. Mein Schmerz bitte. Auch nix. Super, ich habe halt nix. Hat irgendjemand eine SR? Nee, ne? Mhm. Braucht irgendjemand noch ein erweitertes Magazin für AR? Warte, warte, warte. Nein. Okay. Okay. Schüsse aus Westen zu Südwesten. Also 255 ungefähr. Schick ist ja schon so weit vor. Ja. Ja, ich habe mich hier oben drauf gehauen. Ja, wir sind auch in der nächsten Zone da durch. Mhm. Ich höre auch ganz leise immer noch aus den Norden Schüsse. Mhm. Aber vor uns ist definitiv was. Ich bleibe mal so die Mitte voran zwischen Killer Lady und euch beiden. Ist gar nicht so schlecht hier nach hinten zu gucken. Nur ein bisschen. Richtung Norden, Nordosten ist nix. Relativ freies Feld. 240 die Siedlung macht mir ein bisschen bedenkt. Mhm. Ja. Rush mal zum nächsten Bauern. Leider Gottes sind mir die Bäume im Weg, um klar abzuhängen. Nö. Nichts offensichtliches. Mhm. Von hinten. Von hinten dürfte aber nix kommen. Genau das beste Hafen. Ziemlich frei. Das einzige ist die Siedlung halt. Ja. Ich glaube das ist aus Richtung unseres Markers. Mhm. Okay. Also nicht direkt vor Marker, aber dahinter. Okay. Jetzt aber wieder. Und dann noch mal was raus. Also es sind mindestens mehrere Teams. Äh. Mal gucken was die Zonenberg uns als nächstes vorhat. Ja. Ja. Es kommt aus Norden. Ich denke mal fast die meisten sind noch im Norden. Ja. Ist da hinten das Karten. Ist das ne Burg oder so? Direkt bei 3,55 da drüben? Oh. Das war nah. 3,55. Oh. Und das war ein Einschuss? Ja. Ja. Vom Stein her. Der liegt neben dem Stein bei 365. Aus meinem Blickwinkel. 365. 365. Ja. Das Problem ist dadurch, dass ich ein bisschen weiter weg stand. Oh. Bei mir steckt es auch rein. Ja. Hinter uns. Da unten ist er. Siedlungsmäßig. Head. Head. Immer die Gradzeit. Down. Oh. Entschuldige. Ich habe voll geschrien, weil er auf meinem Headset ist verlaut. Okay. Ich habe ihn down. Wo? 2,30. 2,30. Also hinten Siedlung. Hits, Hits, Hits. Keiner hat er. Ich habe Blut gesehen. Ich weiß ungefähr wo er ist. 3 Hits gezählt. Hinter Wurzenstein ist er jetzt bei 215. Aus Killer Ladies Sicht. 215. Okay. Das ist auch fast meine Sicht. Er bewegt sich. Auf den Strauch zu hinter den Baum. Genau. Hab ihn. Sehr schön. Gratulation. Superb. Guck mal. Ich brauche gar nichts mehr machen. Ich laufe weiter hinter euch her. Killer Lady. Nächstes PvP Event. Wie beide? Hehehe. Der war nicht sofort tot, oder? Mhm. Ich glaube nicht. Doch. Der war. Also den habe ich. Und dann habe ich direkt Kill gekriegt. Achso. Okay. Okay. Wir müssen nach vorne. Ein Stück. Auf den nächsten Hügel. Ja. Ich nehme da oben die Steine. Ja. Bei 230. Mit Aim aufs Haus. Nope. Nix. Da oben ist jemand. 265 hinter dem Stein. Ganz nah. Was heißt. Was heißt. Ron schreibt gerade von wegen. Von wegen Loops. Das ist volles Pro Gaming hier. Ich glaube Ron ist enttäuscht. Okay. Das kommt Norden. Das kommt Norden. Wir müssen den hier hinterm Stein wegkriegen. Weil wir müssen da lang zirkeln. Okay. Sag es nur nochmal an. Welcher Stein? Westen 265. Genau vor mir. Der große Stein. Okay. Da bin ich aber. Ich sehe den nicht. Warte. Der ist aber 240. Ich glaube. Der ist so eine dreieckige Form. Ja. Der ist auch dahinter. Der ist auch irgendwo dahinter. Ich bin auch in der Hausmauer. Und ich sehe nichts. Warte. Vielleicht ist er auch nach hinten weg. Oder auch nicht. Ja. Der ist da in der Zone. Ja. Der ist tot. Okay. Perfekt. Also. Er liegt. Aber der wird gleich sterben. Ja. Ich aber auch. Wenn mich die Zone erwischt. Ja. Ich flitze. Ich habe auch nicht mehr viel. Ja. Unten zum Haus. Zum Stein da. Ja. Was besseres an Deckung kriegen wir gerade nicht. Ja. Muss aufpassen. Schüsse kommen weiterhin aus der nördlichen Richtung. Und sehr close vor allem. Äh. Ich glaube nicht, dass der Stein ausreicht. Äh. Oh. Hit. Hit. Doppelhit. Ja. Killer Lady hat aber auch bekommen. Und zwar ordentlich. Oh. Oh. Zone. Oh. Scheiße. Zone. Zone killt mich gleich. Ja. Und der Gegner sitzt. Äh. Ungefähr bei 32. Scheiße. Ja. Ich bin down. Ich höre ihn. Aber ich weiß nicht. Genau im Norden. Im Gebüsch. Hat er gesessen. Also aus der Sicht von einer Lady aus gesehen. Ja. Müsstest du wahrscheinlich in Richtung Nesten oder sowas gucken. In die Richtung. Ja. Von da aus habe ich auch was gehört. Aber ich kann es eben nicht so schnell einschätzen. Ich musste mich erst heilen. Okay. So. Das war es mit meinen Verbänden. Und ich muss raus. Durch die Zone. Das ist natürlich wunderprächtig. Ja. Also einmal rein. Einmal raus. Rand hinten rum. Okay. Äh. Von links. Ich klicke jetzt von links. Rechts. Irgendwo rechts. Ja. Ich hab von links. Der ist hinter dir sein. Der ist hinter dir. Hinter mir. Ja. Habs gesehen. Man. Na. So schlecht konnte ich nicht reagieren. Tot. Da ist auch noch der zweite. Er hat mich am Stein. Ich muss beim nächsten Mal. Die Lootgöttin anflehen. Dass sie mir ein bisschen Energydrinks und sowas gibt. Aber ich lebe noch. Ich lebe noch. Äh. Jetzt bin ich tot. Die Zone hat mich. Ja. Da hatte ich viel zu wenig Energie. Okay. Das war ja schon die vorletzte. Ne. Die letzte Zone war es noch. Oh. Der sitzt da gut. Am Stein. Am Stein. Ja. Oh. Ja. Komm. Komm. Oh mate. Yes. Super. Aber nur mehr auf zwei. Nur mehr auf zwei. Nur mehr auf zwei. Säge.